Hey, meinst du, wir können hier bleiben? Hier mitten im Nichts? Na, von mir aus. Sammeln wir bevor noch etwas Holz. Da vorne ist ein Schild. Da vorne ist ein Schild. Da steht vielleicht oben, dass eine Stadt kommt. Aufpassen! Nein, watch out! Hey, bisschen, watch out! Ja, wenigstens haben wir ein schönes Feuer. Was ist jetzt passiert? Keine Ahnung, es ist Nacht geworden anscheinend. Keine Ahnung, bla. Bist du dir eigentlich sicher, dass hier auch keine Ogreemann aufzufinden sind? Nein, das ist nur der Eingang. Hier sollte es keine Ogreemann geben. Na, wenn du das sagst. Dann kann es ja nur falsch sein. Ja, hey. So voll und so. Ja, so voll. Oh, hast du das auch gehört? Also ich habe es nicht gehört. Ich habe es gehört, aber wir haben drüber gequatscht. Was war es denn? Es war ein Polter, dann boom. Ah. Ja, so wieder so boom. Wie ist es, ob man eine Tasche fallen lässt? Was? Oh, schon wieder. Ja. Hm. Wow. Äh, wer spricht den? Was du? Ich. Ey, was gotzt dir so blöd? Was habt ihr außerdem hier zu suchen? Yay, russischer Ogreemann ist russisch. Ja. Ja. Wir übernachten hier. Das ist doch nicht schlimm, oder? Oder? Kleiner. Das ist jetzt auch unverwalt. Wieso auch? Keine Ahnung. Und wer hierher kommt, kommt nicht einfach mehr so hier raus. So. Ich nichts lassen kann. So Sprachfehler und so. Ja. Hm. Hm. Ey, du so ein Vieh. Komm doch her, wenn du nicht raus. Ich bin zwei Löffel unter dir. Trau doch mal, mich zu schlagen. Hä? 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 Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Was hast du kleines Kopfkistin gesagt? Du hast mich so verstanden. Kämpf doch gegen mich. Hau mich zu brei. Hey. Yeah. Oh. Digi-wise. Hey. Oh. Das ist übrigens unser erstes Battle, wenn das jetzt unser erstes Battle ist. Punkt, Punkt, Punkt. Bam. Er hat mich geschlagen. Ja. Was ist das ein Digi-wise? Was ist das ein Digi-wise? Immer noch. Ich find's schön, wie Tai daneben steht und einfach gar nix macht. Ich mein' selber Richtung Start. Ja. Schön startet er. Jetzt rein! Oh, ähm. Er hat sich doch nicht durchgeknitscht. Das sieht so aus als hätte er Hasenohren, dieser Typ. Ja. Komm, aktivier dich doch, du scheiß Ding. Dun, 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 dun. Oh, Kampf. Kampf. Oh, ich hoffe es. Äh. Auf einmal ist es Tag, im Kampf. Du musst, du musst Koromon und Nein schreien. Koromon neeeeein. Das war übrigens gerade ohne Slowmotion. Hat sich voll so angehört. Ich kann das halt. Ja. Ach, 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 hast du jetzt genug, du kleiner Grashüpfer? Ähm. Dir hat wohl die Sprache verschlagen, was, du kleines Mistfee? Oh mein Gott. Language. Agro-Mode. Language. Oh, vier Striche. Ey, Akko ist voll aufgeladen. Agro-Digitiert zu Agro-Mode. Yay. Neusch. Auf einmal wird es Tag. Es hat gerade, äh, es war gerade die Stimme von Koromon. Du hast gerade drüber gequatscht. Oh. Egal. Jetzt können wir es ja nach mal probieren. Hey, ich habe eine, fast keine andere Stimme. Nur weil dein, weil nur, weil du kleiner, wie ich digitiert bist, aber wie du willst. Agro-Mode kommt, übrigens, glaube ich, in jedem, in jeder Staffel vor, oder? Ja, bis auf Tamors, glaube ich, in Tamors, denke ich nicht. Ich habe Tamors aber nie geguckt. Oh, ja. Agro-Mode ist so ein Stalker wie Ash's Pikachu. Genau. Okay, ähm. Was passiert jetzt? Äh. Äh, Battlescreen. Es wird, äh, genau. Und es wird, werden Namen eingeblendet. Wow. Agro-Mode-Sprite sieht sehr seltsam aus. Ja. Kampf gegen Agro-Mode. Agro-Mode. Aber mit deinem, mit deinem, mit deinem zu starten? Äh, da fehlt dein Wort. Aus. Stimmt. Nimm niemanden. Taten, drücke Enter oder Leer-Taste. Wie auf alles andere in diesem Spiel zu machen. Da wäre niemand drauf gekommen. Enter minus. Muss das nicht vergessen. Äh. Damit setzt du die kleine Flamme von Agro-Mode ein. Trimme mit dieser Attacke, deine Gegner haben dich zu besiegen. Aber achte aber öfters auf deine Gesundheitsanzeige. Keiner von denen, die das Spiel gespielt haben, haben je im Battlespiel gespielt. Das stimmt doch. Äh, what? Oh, ich muss mich bewegen. Was? Was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ein Schrott. Äh, ja, ich spame ihn. Ist er tot? Spams? Na schön. Ich wollte mit, ich wollte mit, ich wollte spame. Einmal die Fleißer halten. Das ist immer noch barbarisch. Da 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 da. Das ist nur Einzelnefeindliche Dinge, die immer wieder blablabla. Ich kann nichts niederbrennen. Nein. Da 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 da! Agumon spritzen immer noch doof aus. Ja. Hallo. Ja. Oh, bist du nicht hier endlich? Voll enthusiastisch. Das war ein richtiger Augenblick, ansonsten wären wir fertig gemacht worden. Ach ne. Das denke ich auch, Go. Danke, Agumon. Mhm. jetzt lag uns aber weitergehen ich will unbedingt noch die anderen finden auf in den osten aus tiefstem ja und jetzt hast du auf einmal den osten vorhin war es noch die nordosten oder südost oder was auch immer das war die nordosten aber wir sind nach süden gegangen oh stimmt kein sinn und jetzt können die urgen mal uns nicht nicht so leicht im dunkeln sehen um was wird es macht keinen Sinn wir sollten uns trotzdem bei uns könnte bald hell werden ihr wolltet doch noch schlafen gehen oder da ist es vergessen war egal ich speichere noch mal und link in a clean of time wir sind hunderttausend Tage lang wach nur weil uns ein baum gesagt hat dass sie die Welt retten müssen ja der pedo baum ja der pedo baum ja der pedo baum ich klaue ich klaue mechs und midis bezeichnung lass mich ogrewalde hmmm das schmeckt mir nom 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 am besten sollten wir uns durchschleichen damit die ogreman nicht damit uns die ogreman nicht sehen komischer satzbau ist komisch das war ganz normal dass du es falsch vorgelesen hast beweis deswegen habe ich es ja auch gesagt also halte dich im zaun und keine attacken ich kann schon wieder nicht amok laufen verdammt ey ogreman ey 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 oh what the fuck sinnloses gameplay ist sinnlos wo muss ich überhaupt hin ähm ich habe keine ahnung wo ich gerade hin muss aber von mir aus wieso hast du eigentlich YouTube im Hintergrund offen äh weil du darf ich nicht ich habe vergessen zuzumachen ach so ich habe YouTube immer offen wenn YouTube sogar offen wenn meine Internet connection down ist ok 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 jo ich guck gerade wo ich hin muss und ich laufe denen direkt vor der Nase und die bemerken mich nicht das ist unlogisch wenn ich zumindest so ein Feature wäre ja du setzt doch keine Attacken ein ich darf keine Attacken einsetzen und du hast kein Feuer bei dir äh the end of the digital dream was war jetzt los bin ich denn zu oft vor der Achso vielleicht bin ich ihnen zu oft vorgelaufen oder so keine Ahnung egal vielleicht äh irgendwie greifen die dich an ohne dass sie angreifen das könnte im Gesinn derheben warte bla 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 vielleicht bin ich oder vielleicht hat es dann gelegen dass ich dem einen zu lang äh vorhin gestanden bin vielleicht geht es kurz aber vielleicht darf ich nicht zu lang und und ohne ich versuche hallo ey 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 digifleisch barbarisch immer noch du kommst du nicht schreien ey du kommst du nicht schreien hihihi kohle hat es diese ich versuche nur aus unsinnigem Gameplay Sinn zu machen ich sollte es lassen solange solange wir nicht über irgendwelchen anderen Blösschen reden yeah Hust 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 Gott ich habe aber auch schon gesagt das war die TeamViewer runter dann können wir die nächste Chaos auf dem starten dann werden wir alle was sehen aber dann ist es so chaotisch stimmt auch wieder äh